lassen wir das auch einfach mal schön sein und dann können wir aber dieses ganze zeug was wir mittlerweile auch kistenweise gesammelt haben einfach hier mal mit zum zuschütten mit verwenden weil wir dann auf diese weise auch erde sparen jetzt im moment ist es dann eigentlich auch wenn ich so rum überlege wieder blöd dass ich hier den rest erde nehme ich jetzt doch mal mit nach hause weil die erde will ich ja dann trotzdem haben um so oben drüber zu legen damit die oberste schicht auf jeden fall erde ist beziehungsweise ja dann gras will mir jetzt nicht überall hier irgendwelche steinflächen hinzimmern das sieht ja auch nichts aus ja die ist der wäsche so dann hauen wir uns mal eben schnell ins bettchen mit unserem neuen haustier dem frettchen nein der beißt ich glaube das lied hatte ich schon mal gesagt erinnert mich an survivor absolute text sicherheit ist gegeben bei diesem lied ich gebe es zu ist auch eigentlich gar nicht so meine musik ich wollte ja immer mal auch über musik reden ich glaube ich hatte es bei der letzten aufnahme irgendwie mal angesetzt und war dann abgelenkt worden und habe es dann wieder verworfen aber irgendwie war ich nicht weit gekommen ich weiß auch gar nicht mehr um was es mir ging als es mir darum ging dass es um irgendwas gehen könnte musik ja irgendwann hatte ich mal ein thema wo ich dachte das wäre auch mal interessant aber ich habe es wieder vergessen reden wir doch nicht über musik musik ist wichtig musik dudelt im hintergrund in meinem ganzen leben dudelt sowieso musik ich bin jemand egal welcher situation in meinem leben es gibt in irgendeiner form ein lied dazu das ist manchmal ganz witzig manchmal mag einem sowas auch ein wenig sentimental stimmen aber ich finde musik ist auch ganz ganz wichtiger punkt zur problemverarbeitung zum beispiel ich meine ich bin jetzt natürlich nicht nur jemand der gerne musik hört sondern der selbst auch gerne musik macht und dass das natürlich musik selbst machen ist für die verarbeitung von sorgen gedanken problemen auch immer noch finde ich die beste lösung aber nehme ich da je nachdem was man für musik macht wie man sie macht eventuelle aggressionen die man vielleicht in sich spürt eben in diese musik reinlegen kann sie damit ähm abbauen kann und das hilft allgemein also nicht nur bei aggression sondern auch sonst bei sorgen oder bei freude bei trauer gut jetzt würden wir jetzt freude um nicht unbedingt abarbeiten äh also aber ich sag mal ich persönlich habe die erfahrung gemacht dass es der definitiv bessere weg ist äh äh negative gefühle in musik zu verarbeiten anstatt an anderen menschen auszulassen und ja normalerweise blicken wir sowas auch immer ganz jod ne ja war auch schon immer so da aus einer tisch wenn man mich natürlich so sehr nervt dass es das nicht mehr hilft dann äh ist man auch selber schuld irgendwie aber das ist dann äh das passiert für gewöhnlich nicht soll auch nicht wollen wir auch eigentlich nicht so der Berg ist beinahe weg die ebene für die gewächshäuser ist damit nahezu fertig geschlagen wir müssen da hinten natürlich noch so dermaßen viel zumauern und das alles mal auf eine ebene zu bringen auf jeden fall haben wir jetzt hier wieder ähm ein bisschen was an stein rausgeschlagen um wenigstens ein bisschen was hier noch machen zu können das wird natürlich nicht lange halten und wird definitiv auch nicht reichen um das alles noch zu mauern was es noch zu mauern gilt wir werden gezwungenermaßen irgendwie noch eine steinhack tour vornehmen müssen beim letzten mal haben wir ja doppelte menge glaube ich einfache menge denke ich mal wird uns nahezu weit genug bringen das heißt irgendwann in naher zukunft ich werde mal gucken wann ich das mache wie ich die zeit finde wird es nochmal eine eine speed folge steinhack geben wo wir in unserem abbau gedönse gedönse abbauen und dann denke ich mal werden wir da so viel stein zusammen kriegen dass alles was wir danach noch brauchen dann halt auch eben zwischendurch der kleinen live runde dann zerhacken große hackrunden wird es dann nicht mehr geben so jetzt hauen wir hier die erde rein ich habe ja hier schon ganz viel gucken dass ich hier wirklich nur Bruchstein erwische nicht dass hier irgendwas in die kiste kommt was hier nicht reingehört ja ganz viel von diesem gedönse hier ich nehme das jetzt einfach mal mit ich hatte heute eigentlich ursprünglich was anderes vor aber das sind nun mal auch dinge die getan werden müssen das wisst ihr doch dass es so ist wow das ist der Wahnsinn ja ach Gott wir haben ja auch schon wieder alles an Kohle das ist natürlich alles irgendwo in den Öfen drin aber das ist ein Elend das ist ein Materialverschleiß hier das ist einfach abnormal da hoffe ich halt wirklich drauf dass das jetzt bald hier steintechnisch mal so ein bisschen zum Ende kommt ach du je das ist das hier ist einer der Gründe warum wir uns auch mal um sowas kümmern müssen jetzt hätte ich gern Brandpfeile so auf jeden Fall müssen wir diese wegschießen die dann nämlich sehr unangenehm gerade wenn wir so große Mengen an Viecher haben können wir es überhaupt nicht gebrauchen vergiftet zu werden da gibt es hier viele Echsen da gibt es hier viele Echsen so so wabla ich gestehen ich traue auch immer noch so ein bisschen dem alten originalen Kampfsystem nach das gefühlt mir einfach besser so ok ja das hätte ich irgendwie von der anderen Seite aus mal dicht gemacht und dann ist es hier natürlich genau das hätte ich dicht gemacht im Rahmen des Dingsbaus wo ich hier wo ich hier Dings gebaut habe ihr erinnert euch als ich einst Dings baute na den Graben gezogen habe da habe ich da ja mal zu gemacht deswegen ist es hier natürlich jetzt arg dunkel wir werden das alles jetzt hier gnadenlos mit dem an den Sitz zu mauern wir müssen dafür nicht gezwungenermaßen Erde nehmen mit dem hin und und hier Jetzt bleibt das ein bisschen länger liegen. Ich sammle mal den Glowstone ein. Den finden wir gut. Dann haben wir hier sowieso auch gleich den nächsten Stack weg. Dann haben wir auch wieder Platz für ein was mehr. Zack. Der hat sich entschieden, nehme ich einen für die Spinnenaugen. Jawohl. Das finde ich gut. Die haben wir nämlich gerne in der Kisten drin. Ich habe mich immer noch nicht getraut, Risen wieder zu installieren und zu gucken, wie weit ich da in meinem Spielstand weitermachen kann. Also der Spielstand ist irgendwie irgendwo auch gespeichert worden. Das weiß ich. Zweifelsfall habe ich ihn mir sowieso selber gespeichert, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich erinnere mich gar nicht mehr, wo ich da aufgehört hatte. Aber immer wenn ich die Musik höre, denke ich mir wieder, muss das eigentlich auch mal wieder die Zeit gönnen. Aber das denke ich mir auch jedes Mal wieder bei Red Dead Redemption. Und man macht es dann doch nie. Und das ist irgendwie... Das ist so ein bisschen das, was ein Kronk einst erzählte, warum er angefangen hat, Let's Plays aufzunehmen. Weil er nämlich irgendwann festgestellt hat, dass er sich einfach nicht mehr die Zeit nimmt zum... Also richtig zum entspannten Zocken. Und dass er sich auf diese Weise versucht hat, ein bisschen dazu zu zwingen, mal wieder... Äh... Ja, Spiele halt auch vor allem mal komplett fertig durchzuziehen. Und das ist bei mir momentan auch so der Punkt. Das wirkt sich tatsächlich irgendwie aus. Und, äh... Gerade bei Assassin's Creed zum Beispiel habe ich das immer wieder gehabt, dass ich dazwischen durch Phasen hatte, wo ich dachte, jetzt wird es gerade ein bisschen anstrengend und nervig. Äh... Aber gut, du hast keine Folgen mehr. Du musst da jetzt mal eine Aufnahme machen. Und dann kamen irgendwann plötzlich wieder Phasen, wo es dann wieder spannend wurde, wo ich dann dachte, na, Gott sei Dank, hast du dieses Spiel bis zum Ende durchgezogen. Und man kann sich halt irgendwie so an sich nicht richtig zum... zum Zocken zwingen, dass man sagt, komm, du weißt genau, auch wenn es gerade mal zwischendurch träge ist, da kommen wieder Phasen, da macht es wieder richtig Spaß, zieh es halt durch, ne? Was ist halt... Wenn man gerade mal auf dem Spiel keine Lust hat, dann macht man lieber erst mal was anderes und denkt sich, ja, komm, kannst du... kannst du auch morgen noch, ne? Aber wenn man sich immer sagt, komm, kannst du doch morgen noch sich das halt auch nie ändern. Und irgendwann... es ist halt so, wie es jetzt bei mir mit dem Risen gerade ist, dass man irgendwann das Gefühl hat, hm... ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich war und... Genau, aber komplett von neuem anfangen. Die Lust hast du irgendwie auch nicht, gerade wenn du halt wirklich schon einiges geleistet hast, schon einiges hinter dir hast. Ob du dann denkst, das will ich eigentlich nicht alles nochmal machen müssen. Oh, ich war doch schon so weit, aber... Ja. Ist dann... Ist dann schwierig und dann ist es irgendwann so weit, dass man diesen angefangenen Spielstand irgendwann beim Aufräumen aus Versehen doch gänzlich gelöscht hat und... äh... dann... fassen wir es nie wieder an. Macht dann allenfalls irgendwann fängt man dann mit einem nächsten Teil an. Wenn es einen zweiten gibt, so wie bei Risen, gibt es einen zweiten, einen dritten und kümmert sich dann eher darum. und stellt dann irgendwann nach Jahren fest, ja... hm... Das eine Spiel, das hast du ja irgendwie nie durchgespielt. Ja. Und zu solchen Zwecks... Zwecks, zu solchen Zwecks, genau. Zweckszwecke. Reißzwecke. Ja, zu solchen Zwecken sind diese Let's Plays wirklich ganz cool, weil man den Anspruch hat, also ich zumindest vor dem Gewölkchen vielleicht nicht, der fängt ja immer Sachen an und bringt sie nicht zu Ende, aber das ist bei ihm irgendwie auch so ein bisschen Lebensaufgabe, einfach Dinge nicht zu Ende bringen. Und... Ja, also ich hab halt den Anspruch, das dann auch wirklich bis zum Ende gnadenlos durchzuziehen und nicht mittendran abzuwirken, aufzuhören und deswegen spiel ich die Spiele dann halt auch wirklich konsequent durch. Ich muss auch gestehen, ich würde eigentlich so gerne mal wieder ein paar mehr Projekte gleichzeitig laufen haben. Einfach, äh... weil man dann auch verschiedene Sachen hat, die man dann gerade am machen ist und am tun und weil es immer noch so viele Projekte gibt, die ich eigentlich mal machen wollte und immer nicht mehr, ja, ja, nicht hinterher komme, weil mir halt aber auch ehrlich gesagt einfach die Zeit fehlt. Ich hab momentan nicht die Kapazität für drei Projekte. Ich könnte natürlich sagen, okay, vielleicht nehmen wir ein zweitägiges Projekt hinzu. Das ist aber... will ich aber eigentlich nicht, diese zweitägigen Projekte. Hab ich eigentlich immer nur gemacht, wenn wir irgendwelche größeren Koop-Nummern gemacht haben. Einfach, um den, äh, Jungs da ein bisschen mehr Zeit einzuräumen. nur so wie das jetzt zum Beispiel bei GTA war. Wobei GTA natürlich gleichzeitig auch der Punkt war, dass ich das normale GTA mit dem GTA Online abgewechselt hatte. Mal einen Tag so, einen Tag so. Damit nicht, äh, irgendwie zwei GTAs am gleichen Tag laufen. vielleicht, weil ich da sowieso auch schon ein bisschen zu viel hatte. Vor zwei Jahren hatte ich ja Seven Days mit Left 4 Dead, äh, immer im Wechsel, weil ich mir da auch dachte, äh, wird mein Kanal gerade nicht so sehr mit Zombies überladen, dann gibt's nur eine Zombie-Nummer pro Tag. Das hat sich dann so immer ganz gut angeboten. Ja. Ja.